Das Letzte Kind hat Fell. Ein Podcast für all die Menschen, für die Tiere, Seelenverwandte sind. In enger Kooperation mit unseren Freunden vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von Das Futterhaus. Die mit dem gelben Hund. Das Letzte Kind hat Fell. Der Podcast für alle, die sagen, unser Haustier ist ein Familienmitglied. Mit Ina Tenz, die ein unzertrennliches Team mit ihrem Briars Gudde bildet. Und mit Marze Becker, der als Angestellter für seine Maine-Kuhn-Katze Francis rund um die Uhr im Einsatz ist. Das Hamburger Abendblatt wünscht viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der es um das süßeste... Es ist erstmal ein Wunder, dass wir beide überhaupt noch zusammen Podcast machen. Du hast mich letztes Mal hier so fertig gemacht. Nee, du hast mich beleidigt. Ich wäre unfit und würde nicht deine komischen Treppen hochkommen. Es ging, wer das noch nicht gehört hat, es ging um den wirklich missratenen Besuch von Skudde bei meiner Katze Francis. Und die Hauptschuld trage ich natürlich, aber die Begründung, warum das schiefgegangen ist, von Ina ist wirklich haarsträumend. Aber egal, das könnt ihr in der Folge davor hören. Kriegst du schon wieder an. Aber natürlich sitzen wir noch immer gerne zusammen in einem Studio. Ja, wir können ja auch darüber lachen. Ja, also manchmal sind wir auch wie Katz und Hund im Volksmund. Wer am meisten Leid davon getragen hat, war die Katze. Der ging es wirklich schlecht danach. Also das war letztendlich, für sie war das ein Spaß als Tag. Leid, das klingt schon wieder so, als wäre sie irgendwie zu schade. Ja, doch, die war schon am Ende, die war gefrustet. Es war deine Verantwortung. Ja, ja, ja. Es hätte nicht sein müssen. Die hätten auch glückselig gemeinsam in den Sonnenuntergang reagieren können. Worüber reden wir heute? Welches Thema? Wir reden darüber, wo man das vermeidet, Traumata zu setzen. Nein, wir reden über Katzenbabys und über Hundedabys. Und Katzenbabys heißen ja offiziell Kitten. Ja, habe ich auch gelernt. Wusste ich auch nicht vorher. Also auf Englisch heißt es Kitten. Ich glaube, das hat sich eingebürgert. Das ist eine neumodische Erfindung, glaube ich. Naja, das englische Wort ist ja Kitten. Ja, aber das hatten wir übernommen. Und also Papi heißt es. Ich kannte das vorher nicht. Also ich glaube nicht, dass vor 20 Jahren man zu Katzenbabys Kitten gesagt hat. Glaube ich nicht. Ich denke auch nicht. Ich glaube, es kommt tatsächlich von Kitten. Aber vielleicht ist ja jemand da, der uns gerade zuhört, der uns das nochmal genauer erklären kann. Tiere at abendblatt.de ist unsere Mailadresse. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, und das sind natürlich sofort Erinnerungen, die jeder, der ein Haustier nach Hause geholt hat, wird das sofort nachvollziehen können und selber nochmal überlegen, wie war das eigentlich damals. Ich habe noch ein ganz lustiges Schild im Internet gesehen. Ein Metallschild, was du dir zu Hause an die Wohnungstür machen kannst. In der Mitte ist eine Katze abgebildet und drumherum folgende Sprüche bzw. Weisheiten aus der Sicht der Katze in Richtung Gast oder Besucher. Okay. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen unterschiedlich ist. Die Sprüche passen nicht zu einem Hund. Also die Katze sagt Folgendes zum Besucher. Ich lebe hier, du bist der Gast. Punkt. So fängt das schon mal an. Ja. Sie, also meine Besitzer, lieben mich mehr als jeden Menschen und damit auch mehr als dich. Edgy-Bedgy. Ja, so ein bisschen, ne? Stimmt aber. Ja, es ist Edgy-Bedgy, aber... Für dich bin ich nur eine Katze, aber für meine Besitzer bin ich ein Kinderersatz. Und da muss ich sagen, da ist ganz viel dran. Aber das trifft auch auf Hundebesitzer manchmal auch so, oder? Würdest du nicht sagen? Ja, im erweitesten Sinne. Da kommt natürlich noch mehr dazu. Sport, Gefährte, Herausforderungen. Nein, nein, das gilt natürlich in alle. Aber es stimmt, ja, ja. Mich lieben sie, mit dir sind sie nur befreundet. Oh, aber das gilt doch tatsächlich für alle außerhalb des eigenen Familienkreises, oder? In diesem Haus sind Katzen mehr als ein Familienmitglied. Wenn du keine Katzen magst, fuck auf. Und weißt du was? Es stimmt einfach. Ich glaube, all diese Sprüche stimmen. Und was besonders daran stimmt, ist, dass Katzen das vermutlich, wenn sie Menschen wären, genauso sagen würden und Hunde würden höflich schweigen und es als gesetzt hinnehmen. Oder ein bisschen Freude, nicht heucheln, aber ein bisschen sich freuen einfach, oder? Genau, darauf können wir uns einigen. Also Katzen denken ja prinzipiell erstmal, wer kommt in meine Wohnung. Weil alles, was eine Katze sieht, gehört ihr ja. Ja, ich glaube tatsächlich, also wenn ich mit Skudde jetzt nochmal zu euch käme, dann machen wir es nach meinem Plan. Ja, nach meinem Plan. Und wenn ihr nochmal hören wollt, was da so richtig schief gegangen ist, wir können euch sehr die Folge empfehlen. Das ist auch bei Instagram leider zu sehen. Ja, genau. Aber jetzt nochmal zu dem Ursprungsthema, was wir uns für heute vorgenommen haben. Dieser wunderbare Moment, der auch eigentlich, und ich komme immer wieder darauf, das ist für Leute, die kein Haustier haben, die sagen, worüber redet ihr? Ihr seid wirklich bescheuert. Aber jeder weiß natürlich noch, wie es war, als du dein Kind nach Hause gebracht hast. Also wie du mit dem über die Schwelle gekommen bist, sozusagen aus dem Krankenhaus abgeholt hast, was für Vorkehrungen du getroffen hast, worüber du dir Gedanken gemacht hast. Und wie sich das Leben danach verändert hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich das Leben genauso verändert hat, wenn du ein Haustier hast. Aber es ist was dran. Doch. Es ist was dran. Es sind nicht die gleichen Sachen. Und es ist, finde ich, auch nicht genauso weitreichend. Aber es ist schon nah dran. Richtig. In dem Moment kommt ein neues Familienmitglied. Und es kommt über die Türschwelle. Und in einem ist sowohl natürlich die Vorfreude, die Begeisterung, aber auch gleichzeitig die Gedanken, oh Gott, schaffe ich das alles? Werden wir uns anfreunden? Also man kennt sich ja noch gar nicht so gegenseitig. Das ist ja erstmal gerade im Entstehen eigentlich. Und diese erste Nacht, wie war das mit Skurde, die erste Nacht? Hast du ihn im Arm gehabt oder deinen Sohn? Ja, ich hatte ihn im Arm. Also wir haben ja zwei Etagen. Und wir waren vorher ganz wild entschlossen, bei dem Vorgänger war das auch so, dem beizubringen, er darf nicht nach oben. Also aus Sicherheitsgründen, erstmal wegen der Treppe. Ist ja auch nicht gesund, wenn Hunde so viele Treppen laufen jeden Tag. Genau, und einfach auch, wenn die dann groß sind und lange Haare haben und draußen sind und mit Sand und allem drum und dran. Also wir haben gesagt, okay, der Hund bleibt unten und er lernt es von Tag eins. Aber in den ersten Tagen und gerade in den Nächten, weg von zu Hause, fremde Umgebung, keine Mutter mehr, keine acht Geschwister um sich herum, das schafft selbst mein Herzen, ich ja. Und deswegen habe ich bei ihm geschlafen. Also wir haben die ersten drei Wochen, eigentlich hat immer einer von uns unten geschlafen. Wir hatten natürlich ein neues Hundebett gekauft. Das war richtig schön, auch groß und gemütlich. Und wir hatten das dann ausgestattet mit der Deckel, die er von seiner Züchterin mitbekommen hat und seinem Spielzeug. Und naja, ich sage mal so, die ersten drei Nächte habe ich auch da ganz gut drin geschlafen. Der Hund aber nicht. Der fand das von Tag eins unmöglich. Gibt es das Bett noch? Ja, es gibt es noch, aber es ist mehr so Ablageplatz geworden. Oder vielleicht irgendwann kommt er mal drauf. Aber er lehnt es kategorisch ab. Er geht da never ever niemals rein. Ich habe auch so ein Ding gekauft, so eine Chaiselon für Katzen. Ich glaube, von meiner Lieblingsfirma Cat On. Es gibt ein Foto von Frances, wie sie auf diesem Ding liegt. Die hast du doch da festgetackert für das Bild. Die kannst du vergessen bei Tanzen. Und das war das einzige Mal, dass sie drauf lag. Und irgendwann nach einem Jahr oder so haben wir es an andere Katzenbesitzer verschenkt, weil es hat sie nicht mehr interessiert. Schräg, oder? Also so viel zum Thema Erstausstattung. Da können wir nochmal mit Ricarda und Futter aus der Erde drüber reden, was man wirklich braucht und was nicht. Also das Hundebett war eines der größten Enttäuschungen bei mir. Es hat ein bisschen Geld gekostet. Es war auch so in unserer Welpengruppe. Sag auch, wie viel. Das erinnere ich nicht mehr an. Nee, jetzt mal im Ernst. Es war deutlich über 100 Euro. Okay, aber war es unter 200? Knapp, knapp. Aber es ist tatsächlich ja auch ein großes Bett gewesen, weil so ein Bria wächst ja irgendwann. Und ich dachte, ich kaufe ja nicht zwei. Aber es ging echt einfach nur in die Hose. Und in unserer Welpengruppe waren alle begeistert und alle kauften dieses eine Modell. In was für einer Welpengruppe? Ja, natürlich hast du eine WhatsApp-Gruppe, wo all die quasi die Besitzer der Geschwisterkinder mit drin sind. Was ich richtig gut finde, auch im Vorfeld schon. Noch bevor die Welpen bei uns eingezogen sind, waren wir alle miteinander vernetzt. Und jeder hat sich vorgestellt. Und es war einfach gut und ist nach wie vor gut. Es ist eine sehr aktive Gruppe. Also jetzt nach zwei Jahren. Das Gute ist übrigens zwei geworden, ja, am Wochenende. Du kannst ihm später noch das Geschenk überreichen. In dieser Gruppe posten wir jetzt schon weniger. Aber gerade am Anfang, im Grunde hat jeder eigentlich täglich da irgendwas reingestellt. Fotos, kleine Berichte, die ersten Male, die ja automatisch kommen mit einem Welpen. Das erste Mal im Auto, das erste Mal Begegnung mit einem anderen Hund, das erste Mal beim Pferd, das erste Mal xxx. Ich fand, es war immer ein ganz guter Austausch. Auch Fragen, die wir hatten, die ersten kleinen Sorgen, die ersten kleinen gesundheitlichen Probleme. Und das fand ich richtig gut. In der Gruppe war auch die Züchterin oder ist nach wie vor auch die Züchterin, Christine. Und schaltet sich dann ein, wenn es wirklich auch dann um Ratschläge gibt, um wertvolle Tipps. Und du guckst schon so skeptisch. Ich finde es gut. Ich überlege gerade, ich kann mich nicht an Sorgen oder Probleme erinnern. Das sind kleine Dinge. Also wirklich so klitzekleine Sachen, Erfahrungsberichte zum Beispiel. Haben junge Hunde, Welpen oft eine Bindehautentzündung. So eine jugendliche, also so eine juvenile, was auch immer das heißt, Konju Dingsbums, Bindehautentzündung. Und das haben die manchmal sogar ein Jahr lang. Und der Tierarzt sagt immer, man kann eigentlich nichts machen, die müssen damit selber klarkommen, das Immunsystem muss stark werden. Aber es ist natürlich schon auch ein Leidensdruck. Du hast dann diesen Welpen, der sich immer die Augen reibt. Und da hatten wir dann in der Gruppe einen Bruder von Skude, der litt daran sehr stark. Und ich hatte einen ganz guten Tipp. Und das hat dann auch geholfen. Und dafür ist es ja ganz gut, wenn man so auf kurzem Wege sich mal austauscht. Ja, was soll ich dazu sagen? Also wir hatten, glaube ich, was viele Katzenbesitzer wahrscheinlich verwundert, im dritten Stock nicht mal ein Netz auf dem Balkon. Wir sind da, vielleicht sind wir da auch so einfach zu naiv rangegangen, aber wir hatten nie irgendwelche Probleme. Da war nichts. Wir hatten auch ein bisschen Glück vielleicht. Ja, du, möglicherweise. Also Glück gehört ja immer dazu. Aber ich sage mal, desto älter ich werde, desto mehr Glück habe ich. Du kennst den Spruch, was ja bedeutet, dass man sich ja am Ende doch mit irgendwas beschäftigt hat, weil es fällt einem ja nicht alles in den Schoß. Also es ist doch Quatsch. Also wir hatten uns natürlich auch Gedanken gemacht und vorher informiert und andere Katzenbesitzer gefragt. Aber das ist auch so, ich habe nie so ein, auch zur Geburt von unserem Kind, nie so ein Erziehungs- oder Elternratgeberbuch, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gelesen. Wozu? Also man weiß es doch eigentlich. Man macht sich schlau. Mit einer Intuition draus. Das stimmt, das ist gut. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, die uns zuhören, die sagen, hm, ja, ich fühle mich schon eher sicherer, wenn ich das ein bisschen geplant habe angehe. Oh, das Wort plan. Ja. Das kann ja durchaus sein, aber ich kann nur sagen, bei uns hat es wahrscheinlich, weil wir nur Glück gehabt haben, hervorragend funktioniert. Und diese Katze war natürlich von, also am Anfang der erste Tag, als wir sie dann aus der Box gelassen hatten im Wohnzimmer, die hat sich natürlich unter der Heizung verkrochen. Die war jämmerlich, die war völlig verängstigt und hatte Angst, ist doch völlig klar, von der Mutter weg und von ihren Geschwistern. Und das zerreißt dich natürlich. Und wir lagen dann alle so auf dem Boden vor ihr und ganz vorsichtig. Und das werde ich aber auch nie vergessen, weil es einer dieser Familienmomente ist, der dir ja nie genommen wird. Also das ist wirklich so ein faszinierendes und wunderbares Erlebnis. Und dann auch, ich habe es, glaube ich, bei anderer Gelegenheit auch gesagt, unser Sohn war damals ja schon 17 oder 18, glaube ich, ungefähr. Und wir wollten immer ein Haustier haben. Und das hat aus irgendwelchen Gründen, haben wir es nicht gemacht. Und dann zu sehen, wie glücklich unser Kind ist. Also wir haben ja auch Fotos reingestellt von ihm und von Francis. Das war einfach insgesamt, das war einfach schön. Es war wirklich Familie, ein neues Familienmitglied. Und man konnte sich schon am zweiten Tag nicht mehr vorstellen, wie es ohne dieses Tier gewesen sein sollte. Das war übrigens mit der Geburt eines Kindes ja auch so. Ich konnte mir innerhalb von Stunden nicht mehr vorstellen, wie es vorher war. Dass man ohne dieses Kind gelebt hat, wie soll denn das bitte gehen, und ohne dieses Haustier. Und deswegen, du hast ja auch immer wieder erzählt, du hast, das klingt eigentlich so, dass man denkt, wie viele Haustiere hatte sie denn? Du hattest, das ist gut, das ist ja jetzt der dritte Briardin. Ich kann es aber total nachvollziehen, weil man kann irgendwann dann wahrscheinlich nicht mehr ohne. Es ist so ein elementarer Bestandteil. Und das klingt bei dir ja auch nie danach, ich habe den einen mit dem anderen ausgetauscht. Überhaupt nicht. Also das nicht im Ansatz. Nicht im Ansatz habe ich das gedacht, sondern ich kann es total nachvollziehen. Und Francis ist jetzt über neun Jahre alt. Ich glaube, ein Kuhnkatzen werden mit Glück schon 16 oder 17, vielleicht sogar 18 Jahre alt. Aber die Vorstellung zu sagen, dieses Haustier ist irgendwann nicht mehr da, das ist einfach der helle Wahnsinn. Also man kann es sich nicht vorstellen, diese enge Bindung an dieses Tier. Und nun ist eine Katze ja nicht das Wesen, was ununterbrochen hinter dir herläuft, was ununterbrochen auf dem Arm will. Also Francis wird nur so bedingt gern auf den Arm genommen und dann auch nicht lange. Sie schnurrt ab und zu mal auf den Arm, aber nicht lange. Und sie kommt natürlich auch nur zum Kuscheln, wenn sie will. Aber das weißt du ja, weil es eine Katze ist. Und trotzdem gerade diese wenigen Momente, im Anführungszeichen im Verhältnis zum Hund, diese wenigen Momente sind dir so wichtig, so kostbar. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie das ist, Francis wurde dann größer und dann hat sie sich mal das getraut und dann hat sie mal das kaputt gemacht und dann hat sie das Haus zusammengeschrien, wenn wir gegangen sind und er hing hinter der Tür und hat da rumgeweint. Und irgendwann ist sie das erste Mal nicht gekommen, als wir nach Hause gekommen sind, weil sie irgendwo geschlafen hat, weil sie wusste, wir kommen ja wieder. Also als du gemerkt hast, Vertrauen wird aufgebaut. Das sind alles so Momente, das ist einfach zu schön. Ja, also bei Hundewelpen sind die ersten Monate auch fordernd. Das muss man einfach wissen. Total, glaube ich. Weil die laufen ja rum, sind nicht stubenrein. Das ist ja bei Katzen gar kein Problem. Von Tag ein. Sofort. Bei Hunden ist es ja so, dass du nicht, nicht weil sie dann ihr Geschäft machen, oh Gott, oh Gott, das weiß man ja, sondern weil du den Moment erwischen musst. Weil das sind die wichtigen Momente, wenn du siehst, wie der Welpe sich hinsetzt und eben auf dein Parkett gerade versucht, ein Wache oder Schlimmeres zu machen, in der Sekunde zu reagieren. Also das heißt, du bist ständig in Alarmbereitschaft, um diesen Moment nicht zu verpassen, weil den kannst du dann nutzen, um dem Hund zu zeigen, hey, hier nicht, aber draußen. Und da ist man dann ständig auf Sendung. Und dazu kommt natürlich das Thema Kaputtmachen, das Thema, also Kaputtmachen meine ich jetzt auch da nicht, er beißt was kaputt, sondern knabbert er jetzt an dem Kabel, das eine, das wir übersehen haben. Schuhe, war das ein Thema? Schuhe, er ist auf Socken spezialisiert. Das ist auch heute noch. Ich finde auch grundsätzlich dieses Kennenlernen, weil da kommt auf einmal ein neues Familienmitglied und du merkst, da ist jemand da und man will nicht das Verhalten und die Eigenschaften des Vorgängers, des vorherigen Hundes, auf diesen neuen Hund projizieren, sondern du weißt, das ist eine eigenständige Persönlichkeit. Und das macht dieser Hund, also jetzt im Fall von Skudde, ab Sekunde eins ja auch ganz deutlich. Der verhält sich anders, der hat andere Vorlieben, der hat andere Bewegungsmuster, ganz anderen Charakter. Einen Hund dann kennenzulernen und auch ihm die Zeit zu geben, sich einzugewöhnen. Ja, das war irgendwie ganz intensive Momente. Ich weiß es immer noch, du merkst dir alle Feinheiten, die Gerüche, du merkst dir die Jahreszeiten. Ich meine, du verbringst ja auch einige Stunden auf dem nassen Rasen, nachts um drei. Ja, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber es ist besonders und es ist intensiv und ich glaube tatsächlich, wenn man die Zeit investiert und das auch so mitnimmt, dass du hinten raus dann ja schneller zusammenwächst, das Vertrauen, und was du vorhin gesagt hast, einfach da ist und das Zusammenleben so selbstverständlich ist, dass du es dir nicht mehr vorstellen kannst. Und wenn dann Skudde in den wenigen Momenten nicht bei uns ist, fehlt er. Beim Autofahren, ja, ich denke immer, er ist immer bei mir und wenn er mal nicht im Auto ist, dann fahre ich trotzdem so, als wäre er im Auto. Das ist völlig schräg. Ja, aber das ist lustig, weil das passiert mir natürlich auch, dass wir sitzen zum Beispiel vorm Fernseher und dann frage ich Sanna, wo ist eigentlich die Katze? Wo soll die schon sein? Irgendwo in der Wohnung. Aber trotzdem, es beschäftigt dich und du denkst, es wäre jetzt schöner, wenn sie, und dann kommt sie irgendwann und kräht dich entweder an oder will auf den Balkon oder was auch immer. Aber es ist einfach ganz wichtig. Aber dieser Punkt nochmal, da schließt sich ja dann der Kreis tatsächlich zum Kind und zum Hund. Und wie viele Wochen musstest du nachts aufstehen oder bist du immer nur aufgestanden oder hallo Bela, bist du auch aufgestanden? Jetzt mal ehrlich, ist er mit? Ja. Ist er auch nachts raus? Auch Bela hat viele Nächte neben dem Hund geschlafen, wir haben uns immer abgewechselt und das war ganz süß. Also wir haben das Gute abgeholt von Christine, das waren Jakob und ich, also unser Sohn und ich, weil das lag auf dem Weg und dann sind wir nach Hause gefahren, gleich in den Norden, das war eine lange Autofahrt. Dann kam er an und Bela, mein Mann kam dann eine Stunde später und Skudde war gleich komplett in Bela verliebt. Das war gleich ein Miteinander, also er war die ganze Zeit bei ihm, das hatte so eine Selbstverständlichkeit und es war auch, ich vergesse es auch nie, Belas Rührung zu sehen, also im Verhalten dieses Hundes und das ist bis heute so. Die beiden sind eine ganz dicke Einheit und ich sage dir, es ist auch so, wenn wir alle zu Hause sind, dann sucht er Belas Nähe. Einfach, er ist gern bei ihm, die beiden sind gern beieinander. Ist das auch so ein bisschen dieser Mythos, er ist für ihn der Rudelführer? Ich glaube, das bin ich tatsächlich, also Nummer eins, das schon, aber ja einfach. Nimmt dich aber nicht so ernst, finde ich. Ein Briar braucht auch seine Freiräume, er ist ja kein deutscher Schäfer und so, sondern er braucht ja schon ein bisschen seinen eigenen Freigant. Also du bist die Anführerin, aber. Aber Bela ist für ihn definitiv ganz, ganz wichtig. Wie auch Jakob, du merkst es richtig, also er möchte einfach bei uns sein. Es schließt uns alle irgendwo ein. Im Zweifel bin ich halt dann diejenige, die ihn kämmt. Jakob füttert ihn, das ist seine Aufgabe jeden Tag. Skurde liebt es, mit Bela Aufgaben zu verrichten, also im Garten zu sein, unterwegs zu sein. Also die beiden sind so, ich weiß nicht, das ist total witzig, wenn man die sieht, wie eigentlich zwei Arbeitskollegen oder zwei Menschen, die so miteinander umgehen. Also ich gucke den beiden unglaublich gerne zu, weil es so eine wortlose Einheit ist. Also man sieht, Skurde liebt meinen Mann abgöttisch. Das ist Fakt. Ja, das ist auch toll. Wenn wir schon bei der Gelegenheit sind und selber Fotos von unseren jungen Haustieren reinstellen bei Instagram, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir auch noch Fotos von unseren Hörern kriegen, wie die Haustiere, Hunde, Katzen, weil wer auch immer, als sie ganz jung waren, unter tiere.abendblatt.de freuen wir uns sehr. Das ist tatsächlich, aber wo du es gerade so beschreibst, mit dem Hund und mit deinem Mann und so eine Art Aufgabenteilung in Anführungszeichen, bestimmte Sachen macht Francis nur mit Sandra und bestimmte Sachen nur mit mir. Also zum Beispiel, wenn Sandra nach Hause kommt und dann vielleicht mal ein kleines Nickerchen macht auf der Couch, dann geht Francis sofort zu ihren Armen. Das hört sie auch über die Etage rüber, dass Sandra sich hinlegt, das nimmt sie wahr, kommt dann die Treppe runter und springt über sie rüber und lehnt sich, liegt ganz eng zwischen Sandra und die Lehne von der Couch. So, und dann machen die beide da ein Neppi. Das würde Francis mit mir nie machen. Das macht sie mit mir nicht. Wenn wir aber zu zweit, berühmte Situation, vorm Fernseher sitzen, kommt Francis nicht in die Mitte, sondern sie kommt auf die Seite von mir außen, nicht zu Sandra und legt sich bei mir dann ganz dicht ans Bein und das bin dann ich. Ja, du bist ja Medienprofi. Wahrscheinlich, dass sie sagen, aber jetzt guckt er schon wieder fern, ja, aber jetzt muss ich. Das ist doch lustig, dass die Tiere so unterschiedlich sind und wenn sie nachts kommt, irgendwann zwischen zwei und vier, dann müssen wir auseinander rücken und dann geht sie erst mal über uns ganz langsam rüber, also macht er auch Stationen mal auf dem Knie, dann auf den Bauch und dann legt sie sich zwischen uns beiden, dreht sich dreimal, aber legt sich immer, immer nur bei Sandra in den Armen, immer und die Pfoten alle vier zu mir. Aber es ist doch goldig. Ja, es ist auch, aber warum? Es ist lustig, dass bestimmte Sachen so auf das Tier zugeschnitten sind in Verbindung nur mit einer Person und nie mit der anderen. Ja, das stimmt. Müssten wir mal irgendwie ergründen. Ja, könnte mal eine Folge draus machen. Tatsächlich eine eigene Folge, das stimmt. Aber was ja bleibt, ist dieses, ich lerne mein Tier kennen. Es kommt ein Tierbaby ins Haus, Hund oder Katze oder auch Hase, was auch immer und man fängt an, es zu beobachten, gemeinsam Alltag zu entwickeln, Rituale zu haben und Gewohnheiten zu entdecken. Ja, auch selber Gewohnheiten, die sich um das Tier drumherum vom Menschen entwickeln. Auch das. Beginnend mit der Stimme, dass man anfängt, oh, ein niedlicher Stimme zu sein. Machst du das tatsächlich? Ich habe das jetzt mit dir und Skoda noch nicht beobachtet, aber sprichst du mit ihm mit dieser Babystimme? Ja, manchmal schon. Ich habe tatsächlich gelesen, dass das gut ist. Ja, das behauptet mein Sohn auch. Ich finde das ja furchtbar, wenn man mit so einer Babystimme nicht redet. Ich rede jetzt nicht mit Baby-Baby-Stimme, aber es gibt schon so eine Stimmlage, die ihn animiert zu spielen. Wenn ich dann so mit ihm rede, dann weiß er, ah, okay, jetzt Spielenzeit. Oder während wir spielen, habe ich dann so eine bestimmte Stimmlage. Ist bestimmt so. Ganz sicher. Da sage ich ja nicht, So, Skoda wollen wir jetzt mal spielen, sondern man geht schon irgendwo, weil der versteht ja keine Wörter, sondern die Stimmlage. Er ist Skoda schon, klar, an dieser Stelle, ja. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wo ist denn die Mietze-Katze? Dann würde er vielleicht aufschrecken. Nein, der liegt bei mir und schläft. Das ist auch richtig. Der Judas, wie du vorhin gesagt hast. Was war das allererste, was ihr gekauft habt für das Tier? Die Züchterin, Christine, hat uns eine riesige Box mitgegeben. In dieser Box war alles drin, die komplette Erstausstattung. Das war mit inklusive dem Kaufpreis, frage ich jetzt mal. Ja, das war einfach. Das ist der Service des Hauses. Ja, das war verrückt. Also ein Ordner, wo sein Name drauf stand und in diesem Ordner waren alle wichtigen Unterlagen drin und auch nochmal ein persönliches Anschreiben plus Tipps für Haltung, Hege, Pflege, also alles, was man so schriftlich braucht. Aber das auch nochmal durchzulesen und speziell auch auf die Rasse Bria und speziell auch aufs Gude runtergebrochen war, hat auch Spaß gemacht, das zu lesen. Ja, so ein Ordner, glaube ich, haben wir auch bekommen. Ich weiß gar nicht, wo der ist, aber mit der Urkunde drin und das Lustige, tatsächlich bei der Gelegenheit, muss ich nochmal sagen, wir haben uns im Familienkreis auf den Namen geeinigt. Francis. Und ich glaube, wir haben damals sehr viel House of Cards geguckt und Francis Underwood, das war doch, das hieß ja doch, und irgendwie, ich meine, das ist ja der Bösewicht in der Serie, aber der Name blieb irgendwie bouncing. Und dann riefen, Sandra und Jay waren schon mal zu der Züchterin gefahren und haben sie ausgesucht, die Katze, und riefen mich an und sagten, wir haben eine gute Nachricht. Die Katze heißt schon Francis. Unglaublich, oder? Unglaublich. Also das ist ja wirklich kein geläufiger Name in dem Sinne, also da haben wir gedacht, das kann ja nur ein Zeichen sein. Und diese Katze muss zu uns kommen. Und ich glaube, das Erste, was wir tatsächlich gekauft haben, war Katzentoilette und Transportbox. Ich glaube, das waren so die ersten Sachen und dann natürlich ein bisschen Futter und Näpfe mittlerweile, also wir haben nicht mehr die gleichen Näpfe wie früher, da merkst du ja auch, ob das Tier aus den Näpfen, also da habe ich auch gelernt, dass Katzen eine bestimmte Höhe brauchen, damit sie da gut sitzen, weil sonst fressen die nicht genug und all solche Sachen. Also die Näpfe haben wir mittlerweile schon mehrfach ausgetauscht, fällt ja auch mal einer runter, geht kaputt. Und ansonsten ist es einfach so, dass ich mich immer dabei ertappe, ich könnte ständig irgendwas kaufen für das Tier. Ja, das haben wir schon ausführlichst besprochen. Oder geht jedoch genauso. Geht mir genauso. Ich war dankbar für diese Box mit Erstausstattung, wo auch Futter drin war. Ganz, ganz wichtig, also weil du weißt ja, was passiert, wenn man einem Hund ein anderes Futter gibt, dann rennt man noch schneller. Aber auch das erste Halsband war drin. Briars bekommen ja dann längere Haare, die nicht geschnitten werden, sondern man bindet die so zurück an den Augen und da waren dann so kleine Spangen drin und Shampoo, ich weiß gar nicht, und seine Lieblingsdecke und ein Kuscheltier und das Witzige war, da war auch ein Teil, wenn man da drauf gedrückt hat, dann so ein Hüpfball. Und damit haben die als Welpe auch schon gespielt und er liebt es. Das war so ein Furby oder wie das Ding hieß, ich weiß nicht, so ein lachender, hüpfender, irre, einfach so ein Spielzeug, was er geliebt hat. Und das hat dann nur ein paar Tage gelebt. Aber ich gucke auch noch mal, wie ich es irgendwo finde. Aber er liebt es. Ja, das ist das Problem bei Francis. Francis spielt nicht. Schade. Wir haben wirklich, sie hat am Anfang, als sie noch jünger war, so die ersten zwei, drei Jahre, hat sie gespielt. Und ich kann sich ja vorstellen, was ich alles gekauft habe. Und mittlerweile, sie guckt da einmal hin, es interessiert. Wir haben selbst solche Spielzeuge, so eine Art, nicht mobile in dem Sinne, aber die hängst du irgendwo auf und so ein Vogel, der flattert und dreht sich. Genau. Sagt sie, wollt ihr mich verarschen? Ich weiß doch, dass der nicht echt ist. Du bring das mal mit. Ich glaube, Skudde will es lieben. Aber sobald du weißt, sobald sich aus Versehen ein Vogel bei uns ins Zimmer verirrt, dann ist natürlich die Hölle, das hatten wir alles schon. Francis spielt nicht. Nein, bei Francis ist das dann sofort Killer-Alarm. Also in diesem Sinne, das sind wirklich, aber auch was einem jetzt, während wir beide darüber sprechen, wir haben das ja gar nicht vorher in dem Sinne vorbereitet und gesagt, dann erzählst du das und das, was alles so an Erinnerungen hochkommt. Es ist wirklich, wirklich, ich bin mir sicher, das geht jedem so, der sich damit beschäftigt. Aber was tatsächlich ja ein wichtiger Faktor ist, weil es gibt ja Menschen, die bereiten sich ein bisschen besser vor als ich auf solche Dinge, was gehört zur Erstausstattung? Und da ist, glaube ich, Ricarda die Richtige, oder? Lass uns mit ihr sprechen. Hallo Ricarda, wie schön, dass du wieder da bist. Moin, moin, hallo. Du bist unsere perfekte Beraterin für genau das Thema, weil ich schwelge schon wieder am Shopping waren, in den Erinnerungen. Ein Welpe kommt ins Haus und ich weiß noch, als ich Skudde bekam, ich glaube, ich war jeden Tag, jeden Tag shoppen für ihn. Findet man bei euch Dinge für die Erstausstattung? Blöde Frage. Wahrscheinlich ja, aber was würdest du empfehlen? Was macht Sinn für Hundewelpen? Was macht Sinn für Katzenbabys? Naja, man findet bei uns natürlich alles, Gott sei Dank. Es geht immer los mit dem Rückzugsort. Egal ob Hund oder Katze, auch kleine Kitten wollen sich irgendwo verkrümeln können. Das heißt, man braucht auf jeden Fall ein Körbchen oder für die Katze einen kleinen Kratzbaum, dass sie auch irgendwie hochklettern und sich verstecken kann. Eine kleine Höhle, also das auf jeden Fall. Für den Hund auf jeden Fall ein Korb oder eben ein Hundebett, auf jeden Fall irgendwie eine Decke, eine Matte. und da ist natürlich auch super wichtig, das sind die Plätze, wo in der Familie auch keiner rangehen darf. Also wenn der Welpe da ist oder ich so ein kleines, süßes Kätzchen bekomme, das sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder vor allem wissen, wenn der Hund sich da hinlegt oder das Kätzchen sich versteckt, in Ruhe lassen. Das ist super, super wichtig. Dann geht es dem Kätzchen wahrscheinlich nicht so wie mir mit Skudde, weil ich hatte vorhin schon erzählt, ich habe so ein richtig schönes, schickes, teures, super tolles Bett gekauft und rate mal, wer bis heute nicht eine Sekunde in diesem Ding gelegen hat. Das Kunde ist speziell. Oh Mann ey. Aber da kann sich doch dein Mann, da kann doch Bela mal drin schlafen, wenn er sich nicht benimmt. Also ich glaube, es wird bald bei Kleinanzeigen landen irgendwo, ja. Auch sehr schön, genau. Aber Ricarda, du weißt ja bei verschiedenen Gelegenheiten immer darauf hin, dass es sehr, sehr wichtig ist, ich glaube, viele unterschätzen das, sich vorher Gedanken zu machen. Also worüber muss ich, mal abgesehen vom ersten Rückzugsort für das Tier, was sollte ich denn noch bedenken? Weil es muss ja am Ende auch alles irgendwie mit meinen räumlichen Gegebenheiten zusammenpassen. Ja, also auf jeden Fall das Futter. Das Futter ist das aller, aller wichtigste Thema und da sollte man vorher beim Züchter oder im Tierheim fragen, welches Futter bekommt das Tier zur Zeit und auf jeden Fall erstmal dabei bleiben. Normalerweise kriegt man den ersten kleinen Futtersack mit, aber da kann man auch direkt natürlich schon mal einen kleinen Sack für zu Hause kaufen, dass man ausgestattet ist und das Einzige, was ich für den Hund nicht im Vorfeld kaufen würde, ist zum Beispiel das Geschirr, weil man da natürlich gucken muss, passt das, ist es genau richtig? Ich meine zum Beispiel eine Bulldogge hat einen anderen Körper als ein kleiner Pudel, dass man das erst mit dem Hund macht. Aber ansonsten sollte man wirklich für die Anfangszeit ausgerüstet sein. Dazu gehören die Pflegeprodukte für den Hund, eine kleine Bürste, eine kleine Schere, dass man guckt, kann ich in aller Ruhe den Hund vorsichtig an diese Dinge gewöhnen. Das sind natürlich wichtige Dinge. Und wir haben zum Beispiel auf unserer Homepage auch immer Listen für die Erstausstattung, dass man nichts vergisst, dass man alles denkt. Und natürlich super, super wichtig, eine Transportbox. Das gilt für Katze und für den Hund, dass man die Tiere, wenn man sie abholt, auf jeden Fall im Auto sichert. Also es gibt, finde ich ja persönlich nichts Schlimmeres als zum Beispiel eine Katze, die ohne Box im Auto ist, ist super gefährlich. Und das Gleiche gilt für den Hund. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine gute Box. Und was ich sogar auch total schön finde, wenn man zum Beispiel ein Tier vom Züchter bekommt, die Box ruhig vorher bei dem schon abzustellen. Dann hat man hinterher schon die Gerüche und nimmt es mit nach Hause. Das macht es für die Tiere natürlich im Übergang viel leichter. Wenn du sagst, dass man zum Beispiel für den Hund das Geschirr, das wäre etwas, was man nicht kauft, bevor der Hund da ist. Kauft man den Kratzbaum für die Katze, bevor die Katze da ist? Ja, das kann man ruhig machen. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man natürlich. Ricarda, gibt es denn auch Dinge im medizinischen Bereich, die ich zu Hause haben sollte? Also sowas wie so ein kleiner tierischer Erste-Hilfe-Schrank? Das ist immer ganz gut. Es hilft natürlich nicht so viel, wenn man gar nicht damit umgehen kann. Insofern ist das Allerwichtigste, was man wirklich tun sollte, schon bevor man das Tier nach Hause holt, einen Termin beim Tierarzt machen, dass man wirklich so ein paar Tage Eingewöhnung hat und dann sowohl mit dem Hund als auch mit der Katze erst mal zum Tierarzt geht und sich so ein bisschen kennenlernt, dass das eine möglichst nette Begegnung ist, weil ja auch Katzen meist super panisch sind beim Tierarzt. Marzel, wie ist das mit deiner? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, im Wartezimmer war es natürlich eine Katastrophe, weil daneben ein Hund saß. Oh, immer die Hunde. Ja, immer die Hunde. Aber dann tatsächlich im Behandlungszimmer, auf dem Tisch, habe ich meine Katze nicht wiedererkannt. Fast schon unterwürfig. Beeindruckt. Da hat sie wahrscheinlich Angst gehabt, also im Sinne von Schockstarre und hat sich sehr eng an mich herangedrückt und hat alles mit sich machen lassen, was man sich nur vorstellen konnte und als das vorbei war, ist sie vom Tisch gesprungen und hat tatsächlich angefangen, das Zimmer zu erforschen. Also von daher, das lief erstaunlich gut. Ich hatte da was ganz anderes erwartet. Ach ja, siehste mal. Da hast du ja dann Glück gehabt. Ja, da hatte ich Glück. Und was ist denn eigentlich mit so Sicherheitsartikeln? Also zum Beispiel, wir haben eine Treppe und damit dann eben so ein kleiner Hundewelpel dann nicht nach unten purzelt. Sind das auch wichtige Punkte oder die Sicherung des Gartens, dass da nicht sofort... Oder es wird man denn schon übertrieben? Ja, nein, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also bevor ein Hund oder eine sehr neugierige Katze zu einem nach Hause kommt, muss die Wohnung im Prinzip tiersicher sein. Das heißt, giftige Pflanzen wegstellen. Da macht man sich ja manchmal gar keine Gedanken drüber. auf jeden Fall die ganzen Kabel und sowas, was man so rumliegen hat, sichern, irgendwie möglichst eng an Wände festmachen oder so, dass die nicht locker im Raum sind. Das kleine Kindergitter zum Beispiel an der Treppe ist eine super Sache, dass Hunde da nicht runterplumpsen. Sowieso zum Beispiel in ein kleiner Welpe sollte ja anfangs gar keine Treppen steigen. Dass man da wirklich alles in Ruhe macht und natürlich auch zu Hause den Tieren ganz viel Zeit gibt, sich erstmal einzuleben. Das ist nämlich so eine Sache, die für manche Leute gar nicht so einfach ist. Ich meine, so ein Welpe oder auch die Kitten, die waren die ganze Zeit mit ihren Muttertieren und mit Geschwistern zusammen. Plötzlich sind die ganz allein in dieser riesigen Wohnung oder in einem Haus vielleicht sogar, dass man sagt, man reduziert das alles erstmal auf die ersten ein, zwei, drei Zimmer, guckt ganz langsam, wie das geht, ist dabei. Und vor allem, was ich auch immer ganz wichtig finde, und nicht gleich sämtliche Freunde, Verwandte einladen zum Tiergucken, sondern erstmal lernt das Tier die Familie kennen und dafür lässt man sich auch ganz viel Zeit. Das ist aber wahrscheinlich die größte Versuchung. Alle sind neugierig, alle willkommen, Nachbarn, Freunde, Verwandte. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, und dann würde ich, wenn dann als Tipp, also wenn man dann jemanden einlädt, dann wirklich sagen, setz dich ganz still irgendwo hin, Kinder gern auf dem Boden oder aufs Sofa und dann wartet man, bis das Tier zu einem kommt. Also nicht so oft die Tiere losgehen, schon gar nicht. Bei Katzen ist ja fast noch schlimmer als bei Hunden. Also man wirklich sagt, die Tiere kommen schon, wenn sie neugierig sind und gucken selbst. Und Dinge wie zum Beispiel Erziehungszubehör, also Sachen wie Klicker oder Pfeife, sowas, das kommt dann alle später, denke ich, oder? Das kommt später und da ist natürlich auch die Frage, wie man sein Tier erziehen möchte. Also möchte ich meinen Hund mit einem Klicker erziehen oder gebe ich auch schon mal ein Leckerchen? Da gibt es ja ganz verschiedene Wege. Ich bin immer ein großer Fan davon, wenn man zum ersten Mal einen Hund hat, dass man durchaus eine Hundeschule besucht und sich ein paar Tipps mitnimmt. Da kann man ja trotzdem für sich selber gucken, was gefällt mir, was nicht. Aber da, wo ich Unsicherheiten habe, kann ich immer fragen. Und auch in der Welpenschule, dass die Tiere ein bisschen miteinander sind, das kann auch ganz, ganz hilfreich sein. Genau, das ist auch beim Zweit- oder Dritthund sogar ratsam, würde ich sagen. Ja, ist so, genau. Und ich meine, du bist ja super erfahren mit deinem Hund. Jeder Hund ist ja auch anders, dass man sich auch darauf einlässt. Ja, und trotzdem bin ich immer in die Welpenschule gegangen, in der Hoffnung eben, dass er da, ja, einfach spielt, eben, dass er sich erinnert, fühlt an seine Geschwister, dass er Sozialverhalten lernt und nebenbei auch noch ein bisschen so das kleine ABC. Ja, und das Sozialverhalten ist super, super wichtig. Das gilt für Katzen ja genauso, dass sie möglichst viel kennenlernen in den ersten Wochen, dass sie Menschen kennenlernen, dass sie Geräusche kennenlernen, dass sie Artgenossen haben. Also manchmal sieht man das leider bei Hunden, dass sie zu wenig mit Artgenossen spielen, dass sie immer an der Leine bleiben müssen, immer bei Menschen, aber das reicht dem Hund natürlich nicht. Der muss auch spielen dürfen. Das stimmt. Ricarda, ganz, ganz herzlichen Dank für deine wertvollen Einblicke und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Weißt du was, Matze? Ich glaube, ich muss wieder shoppen gehen. Es ist soweit. Ich fand das sehr inspirierend, weil auch ein großer Hund braucht was. Und Scudder hatte ja schließlich Geburtstag und da haben wir ihm gar nichts geschenkt. Also ich, wie lange müssen wir noch? Ich muss jetzt los. Also wir können schon mal ankündigen übrigens, wir reden immer über uns und shoppen, dass wir in den nächsten Folgen auch was für unsere Hörer zum Verschenken haben. Wir sagen noch nicht was. Geschenke für euch. Ja, aber das ist, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlicher, als vielleicht man beim ersten Blick drauf kommt. Also es wird nicht einfach nur irgendwie ein Stoffspielzeug sein. Ihr könnt gespannt sein. Das können wir schon mal ankündigen. Herrlich ist das. Also die Erinnerungen sind tatsächlich total präsent. Also wenn ich jetzt nach der Produktion nach Hause fahren werde, mir werden noch 50 andere Momente einfallen, die einfach so wichtig und heilig sind, dass man sagt, dieses Haustier ist ein Familienmitglied. Wann hattest du, die Frage muss ich jetzt noch stellen, das erste Mal richtig Angst um Frances? Ich bin sehr anfällig dafür, wenn sie irgendwie mal einen Tag sich anders verhält. Weißt du, also vielleicht nicht so schnell kommt, wenn wir nach Hause kommen, wenn sie eine Stunde länger schläft, wenn sie drei Tage weniger frisst und dergleichen, dann habe ich das Gefühl, es könnte was sein und fange mir an Sorgen zu machen und dann sagt sie mach mal halblang, die ist da deutlich cooler und entspannter, weil sie sagt, wir geben uns so viel Mühe und wir pflegen dieses Tier und die kriegt das Beste vor, da ist alles gut, unserer Katze geht es gut. Sie hat dann auch in neun von zehn Fällen recht, Frances hatte eigentlich noch nie was irgendwie und die Tierarztbesuche kann ich an einer Hand abzählen. Dieser Grundalarm ist in mir drin. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, Ina, dass ich sowieso so leicht auch angeschlagen bin, wenn ich irgendwo einen Film sehe, wo es Tieren schlecht geht. Tiere und Kinder, ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen, ich fange sofort an zu heulen. So vielleicht ist das so ein bisschen bei mir drin. Aber als ich Angst um sie hatte, war als sie auf dem Balkongeländer passiert hat. Weil in dem Moment zumindest war ich so gelassen, dass ich nicht wild rumgebrüllt habe. Fels, komm doch runter. Aber in einem selber ist Disco, oder? Ja, ist Disco und du kennst unseren Balkon. Ich behaupte immer, am Ende, ihr würde nichts passieren, weil Katzen und Dritter Stock, ich glaube, sie würde auch auf irgendeinem Busch landen. Aber ich will es natürlich nicht. Also nicht, dass jemand denkt, ich bin jetzt hier der kaltschneutigste Mensch der Welt. Ich will das natürlich überhaupt nicht. Aber wir haben uns gesagt, wir versuchen das mit ihr so hinzukriegen, dass sie versteht, dass das gefährlich und nicht gut für sie ist. Und wir haben es geschafft. Sie hat das mal eine Zeit lang gemacht. Sie ist ab und zu mal rauf und stand dann da so, ihr gebt auch Fotos von. Sie macht es nicht mehr. Sie macht es seit Jahren nicht mehr. Sie ist auch zweimal in ihrem Leben und das am gleichen Tag, zweimal am gleichen Tag, du kennst das ja, vom Balkon über den Abgrund aufs Vordach gesprungen. Beim ersten Mal waren wir gar nicht da. Da hat mein Schwiegervater die Katze gehütet. Wir waren, glaube ich, in London. Und das war der letzte Tag von unserem London-Aufenthalt und er rief an und sagt, wir haben die Katze gesucht und dann festgestellt, dass die am Fenster gekratzt hat, aber von der anderen Seite. Ich meinte, von welchem Fenster denn? Ja, dann hat er das beschrieben. Ich so, ach du. Ja. Dann kommen wir an dem Tag nach Hause, und Frances macht das nochmal. Sie war auf dem Balkon. Hey, ich habe was Neues gelernt. Und danach hat sie es nie wieder gemacht. Okay. Sie hat es nur an diesem Tag zweimal gemacht und stand dann wieder an dem Fenster außen. Wir haben es aufgemacht, dann kamen sie rein und das war's. Sie hat auch ein einziges Mal den Wasserhahn aufgedreht. Und in meiner Gegenwart sogar. Ich habe mir, glaube ich, Zähne geputzt, ich habe sie auf den Badezimmertisch da gesprungen und hat mit der Schnauze den Hahn aufgedreht. hat sich das Wasser angeguckt, ist weggegangen und hat es nie wieder gemacht. Verrückt. Was geht denn der vor? Warum macht sie es? Und wenn es ihr Spaß macht, macht sie es nochmal. Ich hatte tagelang danach gedacht, wir kommen nach Hause und das alles steht unter Wasser, weil es gibt ja auch in der Küche einen Hahn. So, nee, hat sie nicht mehr interessiert. Sie hat es ein einziges Mal gemacht oder in dem Fall, als sie übers Dach gesprungen ist, das zweite Mal und dann war das Thema durch für sie. Es gibt bestimmt jetzt Leute, die uns hören und sagen, ihr seid so leichtsinnig und seid ihr bekloppt und wie konntet ihr nur, da müsst ihr doch was machen. Dieses Tier ist, glaube ich, eigentlich, sie macht nichts, was sie nicht im Griff hat. Habe ich das Gefühl. Vielleicht täusche ich mich. Ja, bei Skudde war es, ich hatte ihn als Welpe auch mit im Stall und habe unser Pferd geputzt und das ist ein recht großes Pferd, also den hatten wir als Fohlen, wir haben ihn selber gezüchtet und der war noch klein und niedlich und jetzt ist er sehr, sehr groß, also 1,74, Eisen vorne, groß und schwer und dann bin ich in die Sattelkammer, um was zu holen und komme wieder und sehe, wie Skudde sich zwischen die Vorderbeine gelegt hat. Also das Pferd stand, ein Putzstand und da bewegen sich ja auch mal. Was für ein Gottvertrauen. Von dem Hund auch zum Pferd. Ja, der konnte es, glaube ich, gar nicht einschätzen, aber erst dann dahin und er wusste ja so, ah ja, dieser große Onkel ist lieb zu mir und der ist fein und macht hier immer Spaß alles und dann hat er sich zwischen die Vorderbeine gelegt und sich da so reingekuschelt. Mein Herz ist stehen geblieben. Ich meine, es hätte ja einen Schritt gereicht. Es hätte gereicht, wenn eine Schwalbe da durchgeflogen wäre, das Pferd hat sich erschreckt. Also erschreckt, ja. Ja, mit Eisen und also da, ich dachte wirklich, ich muss jetzt einatmen, ruhig bleiben und habe ihn dann dazwischen den Vorderbeinen so rausgepult und da ist nichts passiert und auch das Pferd stand wirklich, als wüsste er genau, er kannte ja auch Hunde und er mag Hunde sehr. Hat sich das ja im ersten Schritt auch gefallen lassen, aber natürlich, wenn er sich erschrickt, so ein Pferd, dann ist er lauf. Genau, es ist ja eine Flucht. Hier muss man, darf man auch ein Pferd nicht verübeln. Also die Situation war extrem für mich in meinem Kopf, weil, Stichwort Kopfdisco, aber es ist gut ausgegangen und es ist nichts passiert, aber ich werde es nie, den Anblick werde ich nie vergessen. Ich bin kein Fluchttier und der liegt auch zwischen meinen Beinen. Es ist zu schön. Ich bedauere, dass er jetzt das Haus verlässt, weil wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wieder einmal und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Das letzte Kind hat Fell. Ein Podcast für all die Menschen, für die Tiere, Seelenverwandte sind. In enger Kooperation mit unseren Freunden vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von Das Futterhaus. Die mit dem gelben Hund. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf Abendblatt-Podcast.